Schnell, steig auf! Du musst jetzt darauf aufpassen. Du schaffst das. Versteck dich! Versprich mir, dass du nach Schlussburg ergehst. Hey, es geht los, Julius! Spuk die Huibu? Sie ist deine Hexe. Ich bin Ophelia. Seine nicht. Huibu ist dein Onkel? Wir mussten fliehen, vor der bösen Erla. Gib es mir. Aber sie hat Mama entführt. Was will sie von deiner Mutter? Das ist das Necronomikron! Das runde Zauberbuch? Schauderhafter als jede Kreatur. Um dies und jenseits. Ist das nicht super gruselig? Sie wird alles tun, um es zurückzubekommen. Nicht sie los. Das heißt, ihr helft mir? Wir werden sie retten. Au! Die Knusperhexe. Sie wird uns lästen und dann in ihren Ofen stecken. Entspann dich, du Kochvogel. Nur gemeinsam können wir Erla besiegen. Ups! Das ist ja unglaublich. Rässlich. Niemand entführt ungestraft die Schwester meines Schlossgespenstes. Hexen, Hexen, Hexen! Was mach ich nur? Riffa! Huibu! Äh, wie war ich? Wie war die Untergang von den Titeligen? Schnell! Steig auf! Huibu! Hey! Ich wette auf die kleine Mädchen. Ja. Au! Das hat Spaß gemacht. Das hat groß versucht her. Ich weiss. Das habe ich nur erwartet. Bis zum nächsten Mal.